100.000 Euro für einen Projektor sind für die meisten eine unvorstellbare Summe. Warum der Sony GTZ 380 so viel kostet und was er dafür besser kann, das seht ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Evitekt, heute aus dem Studio Luxemburg. Ja, für 100.000 Euro, da kaufen die meisten lieber ein Luxusauto oder stecken das in eine kleine Eigentumswohnung. Doch es gibt auch eine Klientel, die 100.000 Euro für einen Projektor ausgibt. Und diese Klientel spricht Sony mit dem GTZ 380 an. Viele vertreten auch die Position, dass der GTZ 380 überhaupt der beste Heimkinoprojektor ist, den man derzeit überhaupt kaufen kann. Und in Anbetracht des Preises ist das auch zu hoffen. Aber warum kostet der Projektor überhaupt so viel und für welche Heimkinos bringt er wirklich Vorteile und ist er wirklich auch sein Geld wert? Das sind alles Fragen, die wir in diesem Special beantworten werden. Hier haben wir ihn jetzt höher gestellt. Der GTZ 380 ist schon ein sehr imposantes Gerät. Sehr groß und sehr schwer. Man benötigt schon zwei bis drei Mann, um ihn wirklich sicher von A nach B zu bringen. Und im Vorfeld zu diesem Video haben wir nicht wenig geflucht. Schaut man in die technischen Daten des GTZ 380, dann sind diese tatsächlich vergleichbar zu vielen Heimkinoprojektoren, die ein Zehntel oder weniger kosten als der GTZ 380. Gehen wir die mal durch. Native 4K-Auflösung. Die gibt es schon für 6.000 bis 7.000 Euro, auch von Sony selbst. Voller DCI-P3-Kino-Farbraum. Das gibt es von vielen Herstellern schon ab 1.500 Euro. Nativer Kontrast von 16.000 zu 1, okay, das ist selten. Das gibt es aber zum Beispiel von JVC schon auch ab 6.000 bis 7.000 Euro zusammen mit dem DCI-Farbraum und dem nativen 4K. Ein Merkmal sticht aber heraus, die Lumenangabe. Sage und schreibe, 10.000 Lumen sollen dieses Objektiv verlassen. Das ist 5-10 Mal so viel als bei anderen Heimkinoprojektoren. Aber macht dieser Helligkeitsunterschied wirklich auch den Preisunterschied aus und rechtfertigt der Aufwand tatsächlich dann auch das Bildergebnis? Bezüglich des Preisunterschiedes, ja, tatsächlich macht diese Lumenleistung den Löwenanteil des Preises aus und zwar aus folgenden Gründen. Eine Laserlichtquelle mit 10.000 Lumen zu konstruieren, ist wesentlich aufwendiger. Es bedarf nicht nur stärkerer Laserdioden, sondern auch viel mehr und das Licht von all diesen Laserdioden muss eingefangen und gebündelt werden. Und im Falle des GTZ 380 wird auch nochmal unterschieden zwischen blauen Laserdioden und roten Laserdioden. Das macht die ganze Sache noch aufwendiger. Einen 10.000 Lumenbeamer zu konstruieren, ist eine Sache. Einen 10.000 Lumenbeamer mit einem Kontrast von 16.000 zu 1 zu konstruieren, das ist eine andere Sache. Denn wo schwarz projiziert werden will, muss das Licht ja auch immer absorbiert werden und absorbiert bedeutet in Wärme umgewandelt. Das wiederum bedeutet eine enorme thermische Belastung für Panels und Light Engine und das wiederum ist nun mit größeren und leistungsfähigeren optischen Komponenten und Panels realisierbar. Das kostet. Einen 10.000 Lumenbeamer in seiner Lüftung so leise zu bekommen, dass er für Wohnzimmerkinos oder Heimkinos akzeptabel wird, ist ebenfalls eine schwierige Aufgabe. Aber größere Lüfter helfen da nur bedingt, denn sie machen das Gerät noch größer und nicht wirklich unbedingt leiser. Deshalb sind im GTZ 380 Flüssigkeitskühlung inklusive Pumpe verbaut, die einen kompletten Kreislauf erzeugen. Auch das ist sehr aufwendig. Dies alles sind technische Entwicklungen und ein Aufwand, der sich für eine Keimkino-Klein-Serie gar nicht lohnen würde. Aus diesem Grund hat Sony den GTZ 380 als Hybriden konzipiert. Eigentlich handelt es sich um ein Profigerät für die Industrie oder Großveranstaltungen, der gleichzeitig aber auch in einem Heimkinoraum eingesetzt werden kann. Das erkennt man auch an seiner modularen Bauweise mit Stahlrahmen und Decktauglichkeit. Kurzum, ein Projektor mit den Leistungsdaten eines GTZ 380 lässt sich derzeit tatsächlich nicht viel günstiger als für 100.000 Euro anbieten. Erfahrene Heimkino-User wissen, je größer die Leinwand, desto mehr Licht bzw. mehr Lumen braucht der Projektor, denn er muss ja eine viel größere Fläche ausstrahlen. Wer mehr dazu wissen will, dem empfehlen wir unser kleines Heimkino-1x1 hier auf dem Kanal oder auch auf avitekt.de. Zusätzlich zu der Leinwandgröße setzen aber auch Standards wie HDR sehr große Anforderungen an die Lichtleistung, weil ja hier für die hellen Highlights sehr viel Licht erforderlich ist. Aber sind 10.000 Lumen nicht doch zu viel, betrachten wir zunächst einmal die Videostandards. Herkömmliches SDR ist für eine Leuchtdichte von 100 Candela pro Quadratmeter ausgelegt. Das ist tatsächlich eine Lichtleistung, die man auch mit herkömmlichen Beamern bei normalen Leinwandgrößen erreicht. Allerdings ist dieser SDR-Standard ja auch schon viele Jahrzehnte alt, nicht besonders hell. Und in den letzten Jahren sind die TVs, die ja auch mit SDR arbeiten, sukzessive heller geworden und werden in der Regel zwischen 300 und 500 Candela betrieben, weil das einfach für das Auge viel besser wirkt. Ob das bei Heimkino-Beamern auch besser wirkt, das kann nur ein Selbsttest zeigen. Bei High Dynamic Range, dem HDR-Standard, ist die Situation hingegen klar definiert und von uns auch schon in zahlreichen Videos und Artikeln erläutert worden. High Dynamic Range braucht mehr Licht, um die Realität klarer abbilden zu können, gerade Highlights und Tageslichtaufnahmen. Und deshalb liegt hier die Mindestgrenze eigentlich bei 1000 Candela pro Quadratmeter. Das ist eigentlich für Fernseher entwickelt, denn Fernseher können mehr Licht erzeugen, weil sie selber leuchten. Aber selbst Fernseher, gerade die OLED-Technologie, hadert auch mit diesen Werten. Bei Beamern hingegen sind 1000 Candela geradezu utopisch. Die meisten Geräte erreichen gerade mal ein Zehntel davon, weshalb HDR ja auch dynamisch bei Beamern besser eingesetzt wird, um mehr Helligkeit bei normalen Bildinhalten zu erreichen. Das wiederum bringt uns zum GTZ 380, denn mit seinen 10.000 Lumen hat er ja rund 10 Mal so viel Licht wie ein herkömmlicher Heimkino-Projektor und stößt in die Dimension von HDR vor. Wie ihr seht, haben wir ihn hier schon im Matrix-Studio in Luxemburg installiert. Schalt ihn gleich an und der Praxistest wird richtig spannend. Der GTZ 380 ist gestartet und strahlt jetzt seine 10.000 Lumen aus. Natürlich für Bildbreiten jenseits der 5 Meter ist dieses Gerät geradezu prädestilliert, aber selbst im Millionärswillen sind solche Bildbreiten kaum zu realisieren. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt in unserem Praxistest auf die gängigen Bildbreiten von 3 bis 4 Metern. Wir starten mit SDR, für das der GTZ 380 ja eigentlich viel zu hell ist, wenn man ihn auf Maximum stellt. Und zusätzlich zu dem SDR-Material bemühen wir auch Demomaterial, das ebenfalls sehr hell ist, nämlich hier schöne Urlaubsbilder aus sonnigen Ländern. Ja, die 10.000 Lumen des GTZ 380, die sieht man sofort. Das Bild strahlt einen richtig an. Das ist ein echter Wow-Effekt. Und überraschenderweise blendet einen das Bild nicht. Also man fühlt sich jetzt nicht überfordert, obwohl man ja eigentlich in einem dunklen Raum sitzt mit einem sehr, sehr hellen Bild. Sondern das Bild wirkt tatsächlich sehr authentisch. Es bringt tatsächlich diese Helligkeit der Sonne sehr gut rüber, ohne dass man eine Sonnenbrille braucht. Und das macht tatsächlich auch ein Feeling, als wäre man live dabei. Das ist tatsächlich ein Riesengewinn und ein echt toller Effekt, den wir so gar nicht erwartet hätten. Nun wechseln wir auf dunklere Szenen, also aus Mischszenen, wo auch starke Kontraste gefordert sind. Und hier werden wir erneut überrascht, denn die Lichtleistung des GTZ 380 sorgt dafür, dass diese hellen Partien, wie jetzt hier zum Beispiel bei diesen Stadtbildern, tatsächlich einen auch wieder richtig authentisch anstrahlen, wie das so Leuchtreklame auch macht, während die dunklen Partien wirklich dunkel erscheinen. Das ist dem hohen Inbildkontrast von dem GTZ 380 zu verdanken, der einen Ansikontrast von über 300 zu 1 hat. Beim absoluten Schwarzwert hingegen, der ist immer noch gut. Das Gerät hat ja einen nativen Kontrast von 15.000 zu 1 und durch Dimming wird das auch noch über 20.000 gehoben. Aber der Schwarzwert ist natürlich, wenn man ihn auf voller Lichtleistung laufen lässt, selbst bei der 4 Meter Breite doch nicht so perfekt, wie man das von den ganz hochgezüchteten Heimkino-Beamern mit weniger Lichtleistung kennt. Insofern muss man hier doch schon ein bisschen Abstriche machen. Eine weitere Einschränkung in dunklen Szenen ergibt sich bei SDR aus dem Standard. SDR hat ja eine relativ geringe Bitttiefe und deshalb bei der Schattendurchzeichnung relativ grobe Abstufungen. Und dadurch, dass der Beamer so hell ist, wirken diese Abstufungen dann in diesen atmosphärischen Szenen teilweise zu hell, zu strahlend. Und dadurch geht die Tiefe und auch die Atmosphäre verloren. Man kann dem entgegenwirken mit einem steileren Gamma-Anstieg, aber dann werden andere Bildkompositionen wieder gestört. Die beste Abhilfe ist tatsächlich der Kontrast-Enhancer, den der Sony bietet, denn dann passt er diese Sachen adaptiv an und kann so den Eindruck verbessern, aber auch nicht ganz optimieren. Weitere Einschränkungen ergeben sich in Sachen Artefakte. Durch die extrem hohe Helligkeit des GTZ 380 werden Film-Artefakte wie zum Beispiel Rauschen, aber auch Komprimier-Artefakte wie so kleine Blockbildung gnadenlos gepusht. Denn je heller das Bild ist, desto auffälliger werden solche Artefakte für unsere Augen. Also muss man schon darauf achten, dass man sehr hochwertiges Material zuspielt. Streaming mit sehr limitierter Datenrate funktioniert nicht. Mit seinen 10.000 Lumen ist der GTZ 380 eigentlich auch als Wohnzimmer-Beamer prädestiniert. Gesagt, getan, hier bei dem AW Tekken-Studio in Luxemburg haben wir das schnell realisiert. Hochwertige Kontrastleinwand, helle Umgebung und den GTZ 380. Ja, was soll man sagen? Das Ergebnis spricht für sich. Das Bild ist so hell wie ein Fernseher, absolut scharf und auch kontraststark. Wenn man abends damit guckt, dann ist es vielleicht sogar zu hell, aber der GTZ 380 hat ja auch noch ein Laser-Dimming. Da kann man dann auch wie bei einem Fernseher einfach die Beleuchtung nach unten schrauben, auf das Maß, das einem angenehm erscheint. Insgesamt eine wirklich tolle Lösung. Bleibt noch die Frage, wie man diesen Beamer im Wohnzimmer versteckt. Aber auch hier, die AW Tekken haben für alles eine Lösung. Ob Deckenlift, der den Beamer in der Decke versteckt oder dekorative Verkleidung oder Integration in Möbeln. Auch den GTZ 380 kann man verstecken. Jetzt wird es spannend, denn jetzt machen wir ja mit HDR weiter, dass von der Signalebene her den GTZ 380 wirklich an seine Grenzen bringen kann. Und wir starten wieder mit Hellmaterial. Auf den ersten Blick fällt auf, dass wir jetzt etwas weniger Helligkeit haben als bei SDR, weil HDR ja für die Highlights noch etwas Headroom lässt, sodass die allgemeine Bildhelligkeit etwas darunter liegt. Aber das Bild ist immer noch sehr strahlend und glaubhaft. Einen Kick mehr gibt es noch, wenn man die dynamische Kontrastregelung, die dynamische Kontrastregelung des GTZ 380 aktiviert. Dann gibt es wieder diesen Kick mehr und es wirkt wieder wie in echt. Wechseln wir jetzt auf dunklere Mischszenen, dann stellt sich die unglaubliche Plastizität im Bild wieder ein. Gleichzeitig sorgt der HDR-Standard dafür, dass die Schattendurchzeichnung subtiler ist und auch nicht so künstlich aufgehellt wie bei SDR-Inhalten. Insgesamt wird hier so die maximale Performance erreicht. Allein der absolute Schwarzwert könnte wieder besser sein. Einer der beeindruckendsten Aspekte des GTZ 380 ist zweifelsohne seine Fähigkeit, die 10.000 Lumen mit dem vollständigen DCI-P3-Kino-Farbraum zu verbinden. Dadurch wirkt er extrem farbintensiv, weil die ohnehin schon intensiven Farben ja auch noch mit so einer Helligkeit zum Auge kommen. Und auch die Helligkeit hat einen erheblichen Einfluss auf unser Sehempfinden. So wirkt alles noch kräftiger. Abschließend noch ein paar Worte zur optischen Schärfe. Oft wird die These vertreten, dass die großen Objektive der Profi-Geräte auch im Heimkino-Bereich eine viel größere oder bessere optische Schärfe abbilden als bei hochwertigen Mittelklasse-Beamern der 10.000 bis 15.000 Euro-Klasse. Das ist nicht der Fall. Weder ist die Abbildung schärfer, noch gibt es weniger Chromatic Aberration, noch ist der Pixelkontrast viel höher. Der Vorteil dieser Objektive liegt eigentlich darin, dass sie viel größere Bildbreiten jenseits der 4-5 Meter ebenfalls sehr scharf abbilden können, wo dann die kleineren Objektive von herkömmlichen Heimkino-Beamern versagen würden. Also nicht immer jedem Voodoo glauben, auch wenn er manchmal plausibel erscheint. Nach mehreren Stunden mit dem GTZ 380 haben wir es dann wieder gewagt, auf die normalen Heimkino-Beamer von JVC, Epson, aber auch Sony selbst zurückzugehen. Und wir waren zunächst schockiert. Die Augen hatten sich so an die Strahlkraft des GTZ 380 gewöhnt, dass die anderen Beamer alle wie Kerzenlicht erschienen. Das war wirklich kein angenehmer Eindruck. Aber zum Glück sind die Augen auch vergesslich und am nächsten Tag sieht alles wieder richtig schön hell aus, auch bei normalen Heimkino-Beamern. Ja, der GTZ 380 trägt nicht umsonst so ein hohes Preisschild. Und ja, er bietet dafür auch eine Bildqualität unter normalen Heimkino-Raumbedingungen, bei normalen Bildgrößen und sogar in nicht optimierten Wohnzimmerkinos, die kein anderer Heimkino-Projektor derzeit bietet. Eine Lichtleistung wie ein großer Präsentationsprojektor, dabei ein Kontrast wie ein High-End-Heimkino-Projektor und das alles noch mit einer sehr geringen Lautstärke, die nicht zu sehr stört. Das ist eine einmalige Kombination, die für jeden attraktiv ist, der über das notwendige Kleingeld verfügt. Ob das alles sein Geld wert ist? Seien wir mal ehrlich, die Frage stellt sich für die meisten von uns leider nicht, weil wir uns dieses Gerät einfach nicht als reinen Luxusartikel leisten können. Trotzdem hoffen wir auf sehr gute Verkäufe, damit wir in Zukunft solche Wunderwerke der Projektionstechnik euch wieder präsentieren können. Bis dahin, euer Eki Schmidt. Bis dahin, euer Eki Schmidt.